NoSkip Super Expert Das haben wir unseren Rekord von 50 auf mir ein Switch, was war das? Auf mir ein Switch? Das haben wir natürlich nur 3 oder 4 Das ist glaube ich durch, dass wir nur eine eigene Dörfer spielen und mit einem Hang Als ich einen Talkfunk hatte, hast du einfach gesagt rechts Ja genau 3, also wie gesagt, mit dieser Konsole war es 50 NoSkip Endless Super Expert Das ist doch etwas, das... Oh, das Elektrosanlevel Kennst du? Oh fuck, das ist gut Nein, das ist ein verdammtes Scheiss Ding Das ist cool 3. Welt Ja, 3. Welt Ist das scheusses RIP-Level, Mann? Ich glaube nicht Ich habe keinen Plan von 3. Welt Schwarz Spring Run Du musst eigentlich gleich die Ecke rüber Ich bin dran am Creator Zack Zack Und dann musst du dort drauf kommen Du musst ja warten, Mann Ich hasse 3. Welt Schwarz Ich finde es schon noch easy, aber es ist einfach zu ungewöhnlich Weisst du? Oh, schön Du hast es erfasst, aber... Ich habe irgendwie auch schlecht in dem Und dann musst du auch an die anderen Springs, dass du das Momentum bekommst Das ist ein Mensch Pack Und schon ist es klar Das ist total witzig Macht aus, Idiots Ich lasse die Dinge an, wenn ich sie lasse Ich habe hier Du, kann das nicht nicht aus? Ich bin schon welche Weisst du? Das ist ein Wall Jump? Ja, am roten Wall Jump Nein, ich werde verwirrend. Noch mal ab, oder? Nein, nein, jetzt schaffe ich es ja. Tag, 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 Tag. Nein, das stimmt nicht. Zweimal ab-Bounce. Ja. Ja, richtig. Eins, zwei, nein. Ich habe es einfacher. Ich mache esstrком. Und direkt drauf. Du meinst von der blau über. Nein, ich muss das nicht? Nein, so am Schluss. Das ist aber PREP bueno zu können, kurz zu streben. Oh nein. Das ist ja echt Buh-Shit! Aber so richtig schlimm! Das geht gar nicht. Probieren wir. Du bist ja viel zu kantig. Wahrscheinlich musst du einfach gleich Abkumprobanten nehmen. Ja, aber es reicht dir gar nicht. Aber ein Witz. Ein reale Mensch. Jetzt hast du aber alles für dich. Das ist ein Scheisslein. Ich habe gegessen, was ich machen muss. Das ist wie letztens. Rosh ist drin. Das ist gut. Das ist ohne Probleme. Ich bin nämlich der Elektrosa. Ja, du. Ich habe nicht gekannt. Was siehst du? Hey, lass mal einen neuen. Das machen wir gar nicht. Man macht es hier im Reio hunderte Mal Hapo. Wenn er gut ist, dann machen wir das auf YouTube. Wir sind jetzt zusammen mit dem ersten Rekord 50 auf Kasi-Konsole bei ICS 3 Wir hatten nur 5 Minuten Zeit Oh, wer ist mit Karten? Das ist sicher das 3D-Wert Nein, das ist nicht Das ist 3 Run Woher? Das ist eine Mario Kart ohne Karte Komm ich zu dem? Ich glaube nicht Das ist ein Rush-Level Weißt du? Und du hast einen Scheisse bekommen Vielleicht Vielleicht hast du einen Scheisse bekommen Gar nicht hochgekommen Ich glaube, es kann gar nicht hoch Es ist alles kaputt Vom Vogel, ist das lebe? Ich sehe Speedrun Ja, ich glaube nicht Es ist wirklich sehr lang Ja, ich glaube nicht Das ist Speedrun im Sinn von Zeit knapp ist Einfach Teil Sekretion Überhaupt knapp war Wunderschöne Es ist ein Schon wieder so eine Hure Scheisse Aber das schaust du an Ich nehme einfach keine Idee Kein Key-Door Ja, aber es ist ja am Anfang an Ich glaube der Schlüssel ist für absolut gar nicht. Wenn es wirklich Framed Perfect Rush ist, passiert das gar nicht. Meinsch. Aber es kann auch gar nicht, sonst landiert er nur Feuer drin. Du musst gleich jumpen, wenn ein Spring drauf ist, geht weiter. Und wenn es zu schwierig ist, kann das Minus nicht. Du musst auch immer durchkommen. Schau mal, meine Geburt. Du musst auch immer am Abend durchkommen. Keine Ahnung. Die Tür wird feierbar, Mann. Ah ja, er zeigt es ihnen sogar, mit den Kleinen. Vielleicht wäre gar nichts verschreckt. Jetzt kannst du Wolken nehmen und... Ich kann nicht jumpen. Ich habe alles voll mit Kreizenbrücken. Uah! Das kann ich gar nicht machen. Ich glaube, das ist ein Level, der denkt, dass du nie jumpst. Kannst du auch gar nicht machen. Ich glaube, es macht nichts, wenn du hier runtergehst. Wenn du jetzt hier runtergehst, macht es nichts. Meinsch, muss ich hier runtergehen? Nein, das ist eh ein One-Way-Ding. Aber der Kupa ist dort. Ich habe auch nicht geumpfen. Das ist auch schon. Kannst du mir auch dringend schauen? Ich glaube, ich muss einfach durch Feierpark besser zu hören. Ich habe gar nicht das Gefühl. Das Geil kommt gar nicht durch. Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Oh, ein verdammter Mist. Hä? Was ist das nicht? Was habe ich da gekonnt? Was habe ich da gekonnt? Was habe ich da? Ah, schau. Jetzt habe ich es anders zu halten. Jetzt. Oh, schön. Ja, das ist nett. Was mache ich denn erst? Keine Ahnung. Ich glaube, dann kannst du chillen und schauen. oder nicht? Ich weiss nicht. Das ist ein verdammt geiles Leben. Nein, die brauchen nur Röke. Wieso brauchst du die? Weil sonst die Blau-Sichten. Da kann ich lange in der Luft blicken. Fuck. Du kannst einfach die Wamp killen. Was ist das denn? Oder nicht? Die Wamp kannst du ja killen, oder? Hast du jetzt wirklich... Nein, es geht nur darum, dass ich... Schau, jetzt bin ich in dem Timing, in dem ich eine sehr feierbar verwirschte. Wo ich gar nicht wusste. Du kannst ja Wampen. Krass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, der fällt runter. Und jetzt? Oh, jetzt bist du auf Plattform. Hä? Ich weiß nicht, wie sie kommt hier. Ich will den den loslassen. Den kommt der. Du kannst schon mal rein. Den kann ich sowas auch übergehen. Oh, shit. Hm. Das ist echtALLY mein Nein, ich verspüge mich. Ich muss ja nicht mehr aufhören. Ich habe einfach das Ding. Weisst du was? Das ist alles kaputt. Das würde ich geben. Ich weiß nicht, was du den Mist machen willst. Ich darf es nicht auch machen. Schon gut. Was? Sie kippen mir nicht so zu. Fehler gehen. Wo ist da ein Block gekommen? Er sollte hochgehen. Es kommt jetzt nicht runter. Nein. Was verdammt ein Schrott. Ja. Vielleicht auch nicht umfass. First Level RIP. Kommt drauf an, wenn es so dick sitzt. Ich habe mir jetzt wirklich geknackt gesagt. Das finde ich schon. Aber es kann heute vielleicht aus einem anderen Ort kommen. Es würde kacklen oder so. Ja, es kommt ja noch mal an. Wenn wir jetzt noch mal an. Das Buh. Es kommt nie um einen Super-Expert. Scheiss-Dreck. Ich finde, die Heimeneu-Dinge können wir so tun, als wäre es der Erste. Also hätte ich noch kommen zum... No-Skip, Super-Expert. Hehehe. Abwechslungsweise. Aber jetzt sind wir mindestens 50 Jahre aus, denke ich. Dass wir den Akkord brechen, den wir selber einbestellt haben. Dry-Bone-Shell-Trial. Ein Italiener. Oh, das wäre so... Die Klinge, wahrscheinlich. Nix! Nope. Oh. Jetzt musst du so... Ah ja, stimmt. Invisible-Scheiss-Zeug. Okay. Okay. Wir werden jetzt durch den Damage geboostet. Oh. Ja, super. Nein, ernsthaft, Mann. Nein. Es war ein Schrott. Nein, komm. Du kannst nicht rein. Ja, ich bin 25 Nilo bis zum Springen. Nein. Dann machen wir immer den Skip. Und jetzt wahrscheinlich du musst ein paar Zahn setzen. Warte. Nein, da müsste ich... Da drinsteig. Du kannst das nicht... Jetzt checke ich etwas. Jetzt schaffe ich. Weg. Du kannst du schon auswählen wie lange es drückt ist. Ja ich habe mir gemeint das ist so geil weißt. Ah wie, wenn ich einen Abedruck behaupte? Ja auf jeden Fall. Ja ich habe mir gemeint das ist... Das habe ich auch nicht gewissen. Du hast es einfach recht. Also ja. Oder auch nicht. Das ist auch noch tricky auf dem Schellnärter du hier zu kommen. Ja ich sehe es. Es ist schon einfacher als Escape from it. Findest du nicht? Ja das ist schon fix. Ja jetzt würde ich auf die Lava warten. Komm jetzt mit dem Ding? Ich denke es. Wie funktioniert es überhaupt? Ja. Wie funktioniert es? Ja. Was hat das Gefühl dass du es noch brauchst? Ich denke es geht ein Neues. Nein ich glaube es nicht. Und es ist so ein wenig für Arsch. Ja ich habe das Gefühl. Einfach mal. Checkpoint! Haha ja. Wurde ich gerne. Checkpoint! Geil! Ahhhh. Warte du du wirst dann weiter kommen. Himmacher. He? Was sagt man da? Siehst du das Problem? Auf dem scheiss Shell Ja, bin ich nicht so Fan von dir Vor allem nicht von Lava hochgehen, wenn du nur über Zeitdruck bist Das war nicht so Wow, jetzt habe ich auch gut etwas Nein, nein! Nein, f**k! Wieso mache ich das? First level RIP Dann kannst du skippen das neue Ding Ja, so machst du das Oh nein, first! Jetzt sind wir so, als würde ich das erste Mal spielen Ja, so, ich bin 13 Lappen Ja, mehr ist schnell Aber easy, Mann Ja stimmt, ist okay, in der Leben, was wir schon hatten Dort, wo ich auch gegessen aufeinander starte Jetzt bin ich sonst noch ein bisschen Ah, das ist ja so ein Scheiss Das ist ja so ein Scheiss, Mann Legst du dich doch nicht schon als Macher auf, wenn du denkst, dass du so ein Mist spielst Ich weiss nicht, also ich bin auch kein Fan von dir Ich mache jetzt Damaged forst F**k! Nein, das spielt nichts Das machst du nicht durch Teasing Ahhhh Oh, das geht schon Was? Das geht Fasch! Opa, kommst du das, ehrlich? Meinst du? Ja, wie? Ich zeig dir jetzt jemand schiesst Tag, tag, tag Hahahaha Scheisse Scheisse Was für ein Scheisse, Mann Machen wir nochmal, ne? Ja Voll motiviert werden, gell? Wir kommen jetzt zum No Skip Herzlich Willkommen zum Endless Super Expert No Skip Das erste Mal heute Das erste Mal heute Das erste Mal heute Top Ding, 50 Levels, die wir haben geschafft zum No Skip Auf Ihrer Konsole auch Auf Ihrer Konsole, hier sind es nur 13 Äh, ja Easy Peasy, würde ich sagen Easy Peasy, probier Na Törezykle, du Gone, gone, gone Gone, gone, gone Stöhnt schon, wo er reif Spam, reif, ja? Spam Gone, 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 gone Ahhhh Cool, sorry, sorry Das ist komplex Du musst dir wirklich vorstellen, er hat die Kanone Oh, ohne Checkpoint Ja, die hat die Kanone unabhängig von Ab Also Darauf hier berechnen, weißt du? Ja, ja Dass es wirklich Sinn ergibt Heftig Oh 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 Schiff schnell, bevor sie rein kommen Oh, scheiss Durchrasch Wop Wop Möglichst du immer den Höchst nehmen So eine Leder machen, da ist es gegeben Mhm Wop 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 Wo ist der Höchst? Im Prinzip ist ein Level für Easy Ja, ein Checkpoint Woher du kommst? Jetzt sind wir zwar eben gefickt, aber scheiss egal Jetzt musst du mir schnell abnuseln Du kannst gleich raufkommen Ja ja, aber ich meine, weisst du das Leben einfach He 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 Kann sein, der Nummer 1 Spieler von Solothurn Schweiz also Kanton Schweiz, weisst du Ok Ok, das ist möglich Das ist easy Schweiz ist top 10 Das Level ist Geschenke Geschenkt, geschenkt Echt, es sieht auch recht einfach aus Gell? Ja, es sieht er eben Ja, ich will natürlich auch die dunklen Seiten von Mario Maik zu sehen. Das ist nicht ein verdammt geiles Level. Auf eine solche Idee, wir sind auch zuerst gekommen. Das ist wirklich so viele Kanonenplätze. Noch auf dem Erstschild, dass die Blüfe runtergelegt. Das ist ein verdammt scheiss Level. Das sieht echt einfach aus. Komm jetzt. Das ist nicht Escape from Hell. Das ist... Easy peasy. Ja voll, verdammt. Du musst höher bleiben. Willst du nochmal? Ich bin nicht mehr dran. Ich kann mich verdammt. Ob es wirklich so... Also das ist so Speedrun mässig, dann gehts gut. Zack, 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 zack. Sei das Leben. Zack, 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 zack. Ich will nicht haste. Jetzt sind wir so etwas. Nein, das Leben ist so. F***, easy peasy, schnell. First try. Thank me later, Mann. Geil, Mann. Soll ich das Buch? Ja, scheisse. Scheisse. Sorry, Markus. Sieben. Du hast ja auch eine Siebni, Mann. Nein. Jetzt hast du dir noch so eine Scheisse. So, jetzt braucht man eine Herausforderung, Mann. Bill Blaster, schaffst du es? Schon wieder. Wie viele Ami-Levels? Fast mehr, als ich habe Partner. Das ist gut. Spannend, wenn du meistens hotcardst. Was ist es? Hey, warte, der ist möglich. Der ist fix möglich. Probier gleich mal schnell den Deck. Meinst du es ohne... Du musst, glaube ich, gleich ohne Anlauf... ...Rip-Level? Vielleicht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mache. Mal, ich muss auf die Bouldern... Death-Power-Up und dann... Du musst auf das Bouldern-Beliff. Auf dein Ding, warte. Ja, dann musst du eigentlich gleich Gumpen machen. Dann hast du, glaube ich, nichts mit Warten und Schauen. Vertrauen oder nichts. Ich glaube, ich einfach über den Gumpen oder nicht. RIP-Level? Darf ich einmal probieren? Gerade nachher, weil sonst... ...wann es kommt heim... Du kannst natürlich 4-5 versuchen. ...weiss nicht, ob es geht. Wende musst du mit Takt schauen. Wende musst du mit Takt schauen. Da ist es leicht. Wende musst du mit Takt schauen. Ah, ich schieße vor deinem Schießding. Oh jees. No, you're wrong. No, you're wrong.